Eine Runde noch. Machen wir nochmal eine Villa, oder? Machen wir nochmal die Farm. Nee, da ist ja Villa und Hausdächer, gibt es halt immer noch was zu holen. Die Farm lohnt sich halt nicht. Werden wir ja sehen. Werden wir ja sehen. Wer hier was... Da ist kein Fragezeichen. Da wird es nichts geben. Doch. Mal schauen. Wer gewinnt. Halleluja. Ich hätte jetzt so gelacht, hätten wir es jetzt Rooftops gegeben. Ja. Ich bin einfach durch meinen Bildschirm durchgeboxt. Ähm, ja. Ja, das ist noch einfach. Machen wir es leicht. Machen wir es schwer. Mach was mittel. Ich schwöre, wenn ich jetzt noch die scheiß Villa bekomme. Wenn du jetzt nicht die Villa bekommst, oder was? Nee, wenn ich jetzt noch auch noch die scheiß Villa bekomme. Tja, das kann passieren. Und... Wasserfall für den Spergenkür. Hey, das trifft sich doch gut. Dann haben wir noch einen neuen Level. Gut, dann gehen wir jetzt hier aufs Team wieder raus. Und dann spielen wir einen Wasserfall, oder? Ja, warum nicht? Oh, Wasserfall. Der Level ist böse. Der Wasserfall ist richtig böse. So, Wasserfall. Alle im Wasserfall. Wasserfall. Nein. Komm schon. Nice. Party startet. Was werden wir wohl kriegen? Na dann. Wartofall. Ich weiß nicht, irgendwann kommt doch das Eichhörnchen. Ich habe das Eichhörnchen scheinbar schon. Nee. Doch, du hast und ich habe. Das ist ja Zeit für eine frischende Dusche. Dusche! Das schafft mich! Tschöne, Mauro. Schön, schön. Alle schreiten und sagen... Kein Gewinner, keine Punkte. Ach, was. Ähm... Äh, wir brauchen... Das hier. Und Flammenwerfer. Ja, Moment, dann... Ähm, wie wäre es hiermit? Gut, dann ist das schon draufstehen. Nein. Ja, gut. Nein. Ich sag nichts dazu. Wirst du zuerst, Prof? Ja. Jetzt zweites. Ich schaffe das noch. Er schafft das. Er schafft das. Ich warte noch eine Runde. Zwer, geh. Zwer, geh. Zwer, geh. Jetzt springst du. Zwer, geh. Zwer, geh. Zwer, geh. Zwer, geh. Nice. Ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft. Nice. Aber das Paket... Der Mann rennt ins Ziel. Jo. Er will die Pute haben. Er will die Pute haben. Lütze. Wir wollten gerade das selbe tun, oder? Die scheiß Bienen. Ja. Bei denen der es wagt ins Ziel zu gehen. Bevor wir das Paket haben. Na komm. Stirb an den Bienen. Flügelanzug des Eichhörnchens. Was? Flügelanzug. Für Icarus. Verdammt. Ich bin totgestürzt. Na komm. Ja, genau. Kommt das hier drauf. Äh, für eine Modi. Modi. Damit habe ich wahrscheinlich gewonnen. Nö. Ähm. Gut, jetzt können wir ja richtig drauf machen. So, wie wäre es denn hiermit? Extra noch ein bisschen Honig an die Seite. Ups. Ups. What the fuck? What? Ich fliege. Der schafft das noch. B. So. Ich glaube, ich habe B statt B gedrückt. Tja. Hm. Bombe. Mehr Bienen. Ja, dafür gibt es Bienen. Na warte. Ja, Bienen. Ja, immerhin. Ich kann es wagen, die Bienen zu vernichten. Denke niemand an die Bienen. Wer ficken will, muss Bienen retten. Ja. Wow. Von der selten Kugel. Keine Gewinner, keine Punkte. Von wie aus kannst du gerne so weitergehen. Bombe. Sehr gerne. Bombe. Bienen fallen jetzt. Klingt nach einem guten Ersatz. Sehr wohl. Gottchen sieht das Zeichhörnchen niedlich aus, wenn es sich hinlegt. Das sehe ich nicht. Ich sehe nur, dass du an meinem Hintergrund gerade bist. Au. Warum muss ich immer sterben? Okay. Ganz vorsichtig. Los, stirben, Hottie. Stirben. Fall runter. Fall runter. Fall runter, fall runter, fall runter, fall runter, fall runter, fall runter, fall runter. Stirb. So ein Mist. Okay, ich sterbe jetzt, okay? In der nächsten Runde. Das wirst du. Ach, Dreck. Ah, doppelspaß. Ähm. Ja. Sollen wir sie gegeneinander lassen? In die eine Richtung, du in die andere Richtung, genau. Natürlich. Natürlich. Direkt vorm Ziel. Das wird spaßig. Das wird super spaßig. Ich wünsche euch viel Spaß damit. Verdammt. So weit kommen wir gar nicht erst. Offensichtlich nicht. Juhu. Profis am Werk. Ja. Das würde jeder sagen. Profis am Werk. Tja. Okay. Das hat dir viel gebracht. Okay, ganz vorsichtig. Fallen. Ganz vorsichtig. Scheiße. Ganz vorsichtig. Das ist mir gerade dreimal passiert. Vorsichtig, 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 vorsichtig. Nice. Ich lebe noch, ich lebe noch, ich lebe noch, ich lebe noch. Ist der auch irgendwie dein? Ich lebe noch. Er hat die Schwingdinger kaputt gemacht. Nice. Ich lebe noch. Ich bin am Ziel. Nice. Cheater. Bringt nix. Bringt nix. Hacker. Was passiert hier? Es gibt genug Leute im Ziel. Brauchen dich nicht mehr. Du. Diese einsame, kleine Kiste. Die Kiste. Juhu. Arschbombe. Da oben ist Wasser. Keine Sorge, dir geht's gut. Verdammt. Nein. Tja. Dir nicht. Nein. Ich glaube, ich bin jetzt Tränen. Na, vielleicht kann ich doch noch gewinnen. Will ich an dem schwarzen Loch an, wenn du das mit dem Mund fängst. Vorbeikommen. Vielleicht so. Nice. Was ist denn mit euch? Und ihr könnt Spaß in diesem Spiel haben, oder was? Die traben doch Spaß. Ohne Bienen und ohne schwarzen Löcher. Und er macht den einen Weg kaputt und endlich das Glückzeug. Ja. Ich glaube, das Glückzeug hat schon mehr getötet, als alle fallen. So. Nice. Wie viele Wettbewerfe getroffen werden? Gar nicht. Verdammt. Scheiße, war das knapp. Das war knapp. Der Prophet lebt noch. Er lebt's noch. Na, komm. Komm, das schaffst du jetzt doch nix mehr. Das schaffst du. Ei, 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 wie hoch fliegt der. Die Bienen triffst du bestimmt nicht. Und hoch. Ich bleib jetzt hier stehen. Okay. Okay. Nee, 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 nee. Ja, genau. Wow. Nicht schlecht. Noch zwei Runden. Das sind mal Punkte. Ähm. So. Ich mache gerade. Prof. So, wo landet man denn? Normalerweise hier so. Perfekt. Verdammt. Ich sag's doch, das Flügel ist schlimmer als jede Falle. Jo. Und nein. Und er wurde getroffen. Aber er ist nicht gestorben. Ach, bei dir wurde ich getroffen? Jo. Aber du bist nicht gestorben. Ja, das ist ein bisschen mit... Es hat dich berührt, aber es hat... Du bist nicht gestorben. Ja, das war bei mir auch andauernd. Das ist ein bisschen Delay. Und wieder zu gut. Ich lag jetzt schon mal ein Meter hinter einem Flugzeug bei mir. Jo. Letzte Runde. Letzte Runde. Die Bombe. Na, wer gewinnt? Die Bombe. Oh. Das Ding. Ähm. So. Was machen wir jetzt damit? Ähm. Hier. Wir machen das hier. Warum? Da muss erst mal jemand hinkommen. Das sind genug Leute im Ziel. Verdammt. Na komm. Geh sterben. Geh sterben. Geh sterben. Er ist sterben gegangen. Nee, ich bin nur schwimmen gegangen. Kent gewinnt, hat keine Punkte. Und damit habe ich gewonnen. Verdammt. Sehr schön. Na dann. Na dann. Und denn, wir haben 20 Uhr. Haben was überlebt. Ach, das hat sich ewig angefühlt. Wie viele Levels haben wir hier gespielt? Im Flurrunden. Keine Ahnung. Sehr viele. Und ich versuche gerade mal eine Belichtung mit dem Vorhang wieder einigermaßen. Kreativ. Herausforderung. Preisspiel. Party. Und die Credits. Okay, wer macht Upmod? Oh cool, das habe ich jetzt auch. Ich habe die Credits. Die Credits sind der Upmod. Yay. Der Anzug ist ja sausüß. Yo. Ich habe gar nichts. Ich bin rot. Das Problem an der Sache ist, dass ich das Eichhörnchen selbst glaube ich nicht besitze. Tja. Nee, hast du nicht. Also wie gesagt, wer macht die Upmod? Brauchen wir einen Upmod? Oh Gott, da waren gerade Leute, die da halt wirklich benannt wurden für die einzelnen Viecher. Ich weiß, das habe ich vorhin schon gesehen. Ich mag es, dass einer einfach nur Onkel Darren heißt. Oh. Ja. 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 Ich falle. Ich warte bis der neue Name kommt. Oh. Oh. Übersetzt von. Sehr gut. Verdammt. Kann das Ganze eigentlich auf Null stellen? Ich glaube schon. Abmoderation. Leute, Abmoderation werden überbewertet. Okay. Wer braucht schon Abmoderation? Dann beende ich jetzt. Ja. Abbeendet. Ich will. Okay. Ich nicht. Ja. Ich gehe dann mal raus und gucke, ob es irgendwelche öffentlichen Spiele gibt. Gibt's. Ich gehe komplett raus. Ich spiele wahrscheinlich noch Jackbox-Games nachher mit meinem Server. Viel Spaß. Ich hänge hier noch ein bisschen alleine im Lobby rum. Ich hänge hier noch ein bisschen alleine in der Lobby rum. Ganz genau. Ah. Ah, cool. Sogar eine europäische Lobby, hey. Und sonst so. Ich mache mir jetzt was zu essen dann noch. Hm. Stimmt, ich wollte mir noch was zu essen bestellen heute. Jetzt wollen wir mal wieder Geld da ist. Was gibt's denn? Höchstwahrscheinlich Döner und Pizza. Nicht schlecht. Ich habe auch vor mir heute einen vegetarischen Döner zu machen. Ich habe alles dafür da. Das kommt alles noch mit ins Video. Ja, das habe ich auch. Ein Telefon und die Nummer vom Lieferdienst. Das kommt alles noch mit ins Video. So nämlich. Warum auch nicht. Ich bin gerade jetzt noch am Gucken, weil ich möchte mir so eine Steckdose kaufen mit, also eine Steckdosenleistung, wo man einzeln die Steckdosen noch schalten kann. Ah, cool. So, da hatte ich mal. Jetzt bin ich mittlerweile auf dem Autor-Verlängerungskabel für C und alles. Ja gut, das ist jetzt halt für einzelne Lampen und Lüfter und sonstiges. Höchst interessant. Weil man kann sich nicht so weit durcharbeiten, nur mit diesen scheiß Steckdosen einsetzen. Ciao. 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 So. Ciao. Vielen Dank.